So, Kameraden, test, test. Ja, ich war auf einem Hammermarkt in Miefern, hier mit meinem genialen Stand, schwarzer Fuhlmann, als Musik vollgepumpt mit allen möglichen Instrumenten, Tanktrums, und ja, jetzt geht's wieder nach Hause. Es war mega geiles Wetter, es war Hammer. Ich hatte riesen Spaß, ich habe mega lang gebraucht, um überhaupt einmal durchzulaufen, weil du wieder zigtausend Leute treffst, die du kennst, die dich kennen, die du nicht mehr kennst, und weiß das nicht, es war der Hammer. Hat mega Spaß gemacht, und ja, heißt Mittelalter-Saison, du hast mich wieder, hier bin ich, es war der Hammer. So, jetzt muss der Scheiß irgendwo noch ausgehen. Und so lange müsst ihr euch den Käse da halt reinziehen, was ich da labere. Natürlich gut, wenn man nichts sieht. So, jetzt sehen wir was vielleicht hier. So, jetzt sind wir noch weiter, dann hier.